So, dann sind wir mal da zurück bei Lück und Schück und Nück und was ist denn? Aber ich geh jetzt ein bisschen mal tauchen wieder. Ja, tauch du mal. Guck mal was wir finden. Ich geh jetzt auf der Seite, ich geh jetzt erstmal an der Insel so ein bisschen und... Und geh mal an die Insel. Ich geh mal an die Insel, weißt du. Ich find diese Bugs so geil, wenn du über Sachen laufen kannst. Mittlerweile sieht das auch schon viel, viel geiler aus. Das stimmt. Sonst musst du dir Sauerstoffflaschen halt machen, dann müssen wir nochmal in den sauren Apfel beißen in Sauerstoffflaschen. Das andere hast du jetzt nur erlernt, noch nicht gecrafted. Nee, alles nur erlernt, aber es ist schon mal viel wert, dass ich das... Das stimmt. Und vielleicht demnächst einen besseren Haken, damit die schneller fertig bist beim Tauchen. Umso schneller können wir alles abgrasen. Ja, richtig. Ich glaub, ich mach mir nochmal eine Flasche und guck, ob ich mir eine Sauerstoffflasche machen kann. So, das war meine Angelrute, die ist jetzt so weg. Weil es nervt echt langsam, so schnell mal aufsteigen zu müssen. Weil die Flossen brauch ich nicht. Seile haben wir, eine Flasche, fünf Popel haben wir auch. Haben wir noch acht Kunststoff, sonst muss ich mal eben schwimmen gehen. Und der Hai ist gerade da. Das tut mir leid. Weil da hinten ist ganz viel Kunststoff und hier das Wasser schwimmt hier so schön. Das, was ich auch weggeschmissen hab, war die Katze. Okay, wir haben fünf Kunststoff. Warte mal, ich guck mal. Ich hab noch auch einen. Dann hinten war sechs. Ja, dann muss ich gleich mal... Bitte schön. Weil alles abgrasen, was wir jetzt abgrasen können... Brauchst du den dicken Wels? Nee, ne? Nee, nee, damit kann ich nichts anfangen. Ich brauch nur die kleineren, die hier, diesen blauen und die kleinen. Ähm, ups. Damit kann ich kochen. Welchen kleineren blauen? Warte, ich leg mal einen rein. Den? Guck mal rein. Ja, die und äh... Mist, jetzt hab ich noch schon ein paar Fälle gemacht. Und die komischen... Hier, guck doch auf das Rezept. Wo ist der Hai? Oh, hier hab ich gekocht. Der schwamm hier gerade... Da ist er. Ja, sonst geh ich mal eben. Guck mal, da hinten schwimmt auch ein bisschen Kunststoff. Ich geh jetzt über Insel. Vorsicht, der kommt. Achso, du gehst über Insel, ne? Der schwimmt im Wasser. Ja, ich versuch hier die Bugs auszunutzen. Ich bin jetzt Arsch. Einmal kurz im Wasser. Weil da hinten ist nämlich auch Kunststoff. Eins, zwei... Ja komm, no risk, no fun. Hast du den Hai noch im Auge? Ich seh ihn gerade nicht mehr. So, ein Kunststoff. Im Moment seh ich ihn leider nicht mehr. Ja, ich geh schon mal wieder Richtung Insel, bevor... Ich seh die... Ich hab ihn gespürt. Ah, du hast ihn gefunden also? Ja... Oh, das ist so ätzend. Und da ist Kunststoff. Oh, ich kann Mangobäume. Schau mal, dann hab ich wenigstens schon mal wieder Holz. Okay. Äh, Hai ist irgendwie bei dir. Ja, der springt auch über die Insel. Also das ist sehr geil. Muss mal eben hier runter. Ja. Schaff ich das? Pakakiri! Ja, schaff ich. Sonst müssen wir ein bisschen weiter, damit wir Kunststoff sammeln. Mhm. Die nächste Insel ansteuern, weil... Ja, klar. Ja, sicher, können wir machen. Warte mal, ich muss mal eben Tiere, ne? Also... Zack. Und dann müssen wir mal in die... Aber ich guck jetzt mal, da kriegst du nochmal der bessere Haken. Weil wenn ich tauchen gehe, umso schneller kann ich... ...abbauen. Drei Säule, ein Bolzen. Okay, da tun wir sogar alles da. Warte mal, Holz da rein, das da rein. Wie sollen wir denn jetzt Sand hier drin? Ja, ich muss neu sortieren, weil, ähm, das ist gerade alles... Ja, weil wir zu wenig, ähm, Dings haben. Nö, ich hab den Sand jetzt auch zum Sand getan, ne? Ja, zu wenig Truhe, aber Platz. Ich hatte nur mein Inventar komplett leer gemacht. Mhm. So, wann brauchen wir denn? Ich brauche noch Schrott. So, machen wir den schon mal, der ist nur fürs Tauchen. Mhm. Ich sortier nachher die ganzen Kisten eh nochmal neu. Ach, du kannst ja auch verstärken. Mal aufnehmen. Meinst du diese Schrägen? Ach so, sieht man ja jetzt gar nicht. Was? Ne, man sieht die Schrägen gar nicht. Ah nein, ich hab die Katze... Ne, da war ein Kunststoff. Ich zeig's gleich, äh, warte. Äh, warte. Äh, warte, ich hab das Land. Hier hab ich mal den Hammer. Müll mir. So. Das ist eigentlich Dach. Das hier. Ja, genau. Das meine ich nämlich auch gerade. Genau das. Mhm. Aber müssen wir an einer Seite so ein bisschen freilassen, wo wir raus können? Mhm. Weißt du, was das Schlimme ist? Um hier den Boden, äh, also das hier oben hier weiter zu bauen, ne? Brauchen wir hier diese... Brauchen wir leider weiter. Ja. Und die kosten natürlich... Ach, hast du schon verbaut? Na gut. Ähm, da brauchen wir leider dann auch, äh... Ja, da müssen wir ja Nägel und dafür brauchen wir Schrott. Dafür müssen wir aber tauchen gehen, weil was findest du viel unter Wasser? Oh, Schrott. Aber wir können sogar hier hoch. Das ist cool. Also kannst du echt drum umbauen und wir können das sogar hoch. Hast du gerade letzter Holz genommen? Äh... Warte. Ja. Warte, ich mach Planken rein. Mhm. Ich mach überall Planken rein. Jetzt ist windstill natürlich. Na, damit der Hai nicht die ganze Zeit unsere Sachen hier wegkauert. Und hier ist ein... Uhhh, shit, ich bin am verdursten. Und ich sollte mal langsam was essen. rohe Makrele? Nädje, rohe Makrele bräuchst nicht, ne? Nädje. Nee, diese kleinen, komischen Fische. Ach, ich hab auch gar nichts mehr zum Angeln. Uahahahaha... Ich esse mich mal eben satt. Oh ja, Wasser sollte ich auch vielleicht mal wieder zu mir nehmen. Was schwimmt denn da hinten? Kann ich ja gerade nicht sagen, ich sehe nichts. Warte. Ist aber nicht windstill. Ich bin am Paddeln. Ja, ja, trotzdem sind nicht windstill. Siehst du da am Wimpel. Ja, aber. Es ist sehr mäßig. Da ist was. Was auch immer. Ich sehe da nichts. Hier an der Ecke, wo ich bin. Und eine riesenfette Insel. Nein, nein, es ist da hinten auf dem anderen Ende. Ich bin so besorgen. Ja. Puh, da war Glück. Ich habe fast mir runtergefallen. Ich sehe nicht. Da ist eine Insel, ja, oder? Da auf der Seite. Da ist eine Rieseninsel. Ah, da, ja. Ich hoffe, nicht der war von da aus kommende. Ja, ist ja erst mal egal. Hauptsache, wir sammeln erst mal Sachen, ne? Weil im Wasser ist ja kack egal. Obwohl die Insel so schön hoch ist, da oben wird bestimmt gut was versteckt sein. Was, das meine ich. Ja, aber untenrum ist schlecht. Da was zu finden. Ne, umso groß die Inseln. Ja, aber umso tiefer musst du tauchen. Macht nichts. Deswegen will ich ja, guck mal, hier sind aber Kunststoff und so. Und besser. Das ist ein bisschen näher. Die Insel ist mir eigentlich hauptsächlich, weil deswegen will ich ja auch da zaubern. Das ist nur sehr kontraproduktiv, da wir in die andere Richtung segeln. Und du in die andere Richtung paddelst. So. Das war aber knapp daneben. Ja, ich hab nichts mehr gesehen. Bist. Na, 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 na. Ja. Hab eine erwischt. Brauchst du die rohe Fleisch von denen auch? Ja. Von den Vögeln, okay. So, Kunststoff. Ja, passt aber hier nicht mehr rein. Ja, ich sag ja, wir haben zu wenig Kisten. Ich hab aber schon mal Kunststoff. Das ist schon mal gut. Neben Kucko. So, jetzt könnte ich auch eine Teufelflasche langsam machen. Jesus Christus, ich hab eine. Weiß ich nur nicht mehr, wie man die anzieht. Ach doch, unten. Hier. Jo. Die Frau, die räumt hier nicht auf, ne? Ach, wir brauchen aber mehr Kisten. Nee, ich bin das gerade mal am konzipieren hier. So. Mach da zu. Ich bin noch kurz. Ich bin noch ein bisschen. Mach du mal. Ich wollte gerade aber gut. So, jetzt wird's ein bisschen. Hässlich, meinst du? Ja, aber der Wind weht jetzt in die... Weht jetzt gerade. Eigentlich... Kommt der nämlich von hier. Eigentlich müssen wir... Wir sind wieder weg von der Insel, kann das sein? Ja, ist aber nicht schlimm, weil der Wind von da hat. Dann gehen wir jetzt mit dem Wind. Dann musst du das einmal ganz rumdrehen, das Segel. Ja. Ja. Ich glaube, der Wind nämlich von da kommt. Das ist ja nicht schlimm, dass... Noch mal in der Runde pennen. Dann ist wieder Tag. Ich lieg nämlich. Ich auch, du tot. Du tot. Oh, ich muss dort essen. Oh, was ist denn schön doof? Ich habe jetzt meine Flasche geopfert. Übrigens. Dann kannst du ja eine neue machen. Wir haben noch genug Popels. Vielleicht sollten wir auch mal eine Ersatzflasche machen. Zum Aufwönen. Hi. Hi. Ja, ist wieder weg. Ich hole mal eben Kunststoff. Ist ganz schön windig. Oh. Oh. Ja, wir müssen echt, wenn wir genug Holz haben, Datsche bauen. Cool. Das macht sogar Ecken. Ja, ja. Oh nein, Vogel. Oh nein. Oh nein, Vogel. Oh nein, Vogel. Oh nein, Vogel. Oh nein, Vogel. So. Braucht man dafür Kunststoff? Nee, für die Ecken nicht. Nee, nee, da brauchst du nur an Holz. Da hab ich gerade auch nachgefüllt So, Kunststoff geholt Ah, wir brauchen mehr Fangnetze eigentlich auch Ja, so viel auch nicht Du kannst ja nachher, können wir die hier rumrum machen Drumrum machen, ah ok Drumrum machen Oh shit, ich muss was trinken Warum macht das denn? Ja So, ich hab noch eine Flasche zum Nachkühlen Weil ich keinen Bock hab jetzt hier 10.000 Mal einmal zu laufen Machst du die einmal voll? Was ist das denn? Du, 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 du Hey Und fangen kannst du trotzdem noch Ach, du kannst ja bis hier oben Der Sina Sagen denn unsere Bäume Wollte nicht, ob die schon wieder fertig sind Ja Ja Wenn ich nur eine ganze Axt hätte Achso, warte Dann komm ich Ich hab nicht Dreck wieder Mango, gleich Pflanzen oder mal eine Palme Das war mal eine Palme Hier ist eine kleine Insel Ja, sehe ich Da musst du mal ansteuern Dann, ja Da musst du die mal ansteuern Ich würde natürlich oben das Steuer auch ein bisschen steuern, ne Aber nur so ne Ein Tipp Ich kann da ehmisch mit umgehen Ich kann das nicht Ok, na dann Ich muss erstmal den Hai hier überjagen Ja Kannste ja nicht Weil das ist denn daran schwer Nein Was fehlt dir? Flanken Flanken hätt ich ja Zehn Stück, warte Warte Wo bist du? Warte, hier Ich häng fest So Warte So Warte Fällt nichts kalt Und Anker Na, ich mach den jetzt Achtung Anker fällt Ecke Sehr gut Schau mal hier Ja, guck mal Ist das schon mal ein bisschen, ne So, ich zieh jetzt mal die Taucherdinges an Na, mach du mal mal Geh die, äh Ich geh dann die Aber erstmal muss ich essen Ja, gut Ich geh mal die Insel erforschen Und hol mir da das Holz Kannst du nämlich tauchen in Ruhe Ja, ich geh da an die Gipsels Ich jag alles, was nicht mehr draufm Baum ist So, vollfressen Wenn ich ja bloß sack bin Warte mal, ich wollte ja noch eigentlich Dingens gesät haben So, warte mal Nicht planken Quatsch Egal Ähm Rott nehm ich auch mit Wart nimmst du auch mit? Oh, ich rott Ich hab Achso, rott, hab ich verstanden Ja, ich hab Aua So, was hast du erwischt, schon mal Hi Ja Ich hab mir für Zauchen besseren Haken gemacht, aber bin dadurch schneller weg Also fertig Mhm Weil ich hab jetzt schon drei Metallärze gefunden Das ist gut, ja So Oh, nochmal zwei Hai? Nee, kein Hai, gut Ich bin nämlich einfach Hai ist Hai, na 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 Ich bringe auch direkt Schrott mit Okay Ich pack hier erstmal was aus Sand und Dann können wir nämlich noch mehr Schmelzen bauen, weil wir haben eigentlich Kupfer Äh Hopels P reflects Opels Pulz Jetzt mach ich mal eben hoch Nicht erschrecken, ich stehe hier Ah ich geh mal eben auf die Insel, weil Hai ist Hai, na 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 na